Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar mal wieder ein Talk-Video. Ich weiß, das gab es halt, ich glaube ein paar Monate nicht mehr auf meinem Kanal, aber jetzt habe ich mal wieder jemanden richtigen gefunden, der auch Bock darauf hatte auf die Sache. Und zwar Puzzle Analytics oder Puzzle Analytics, wie spricht man es denn aus? Puzzles Analytics. Puzzles Analytics, okay, sorry dafür. Ja, hat Bock drauf, deswegen habe ich mir gedacht, nehmen wir mal wieder ein neues Talk-Video auf und damit auch herzlich willkommen an dich. Danke, danke, ich freue mich hier zu sein, ich habe auch Bock drauf auf meine Vorstellungen und so. So kommt man halt mal so ein bisschen ins Gespräch, man lernt neue Leute, kennt uns einfach. Einfach schön, schön, definitiv. So sieht es aus und ich glaube die Talk-Videos kamen auch immer mal ganz gut an, vor allem wenn man mal unterschiedlicher Meinung ist und das ist meistens so, weil ich bin zum Beispiel im Bereich Metaverse und sowas, ich glaube da kommen wir später auch noch dazu, habe ich glaube ich auch noch eine Frage, immer mal ein bisschen anderer Meinung als manch anderer. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir doch gleich zur ersten Frage und babbeln nicht so lange rum, aber bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal und natürlich auch den anderen Kanal abonnieren. Den Link werde ich euch in die Videobeschreibung packen und auch natürlich unten noch reinpfeffern. Gut, und jetzt genug Eigenwerbung gemacht oder Fremdwerbung gemacht. Stell dich doch erst einmal vor, wie lange bist du schon im Cryptospace, wie lange hast du deinen YouTube-Kanal? Ja, stell dich einfach mal vor. Ja, wie lange bin ich im Cryptospace unterwegs? Gegen Ende des letzten Bullruns hat es quasi bei mir so ein bisschen angefangen, so ich habe mich mit der technischen Chart-Analyse so ein bisschen auseinandergesetzt, ich bin durch Ungespielt quasi da drauf gekommen, Ungespielt hat die App crypto.com vorgestellt, ey, geile Sache, ich habe angefangen mich tiefer und tiefer und tiefer mit dem Thema zu beschäftigen, dann habe ich so Leute wie HKCM auf YouTube gefunden, die habe ich gefeiert und tralala, dann bin ich quasi auch hingegangen, habe mir ein Kryptoprogramm gekauft, um das Handeln an der Börse zu lernen. Ich muss sagen, es ist kompletter Mist gewesen, was man beigebracht bekommen hat, das hätte man sich in zehn Minuten selber im Internet rauslesen können. Und so bin ich dann dazu gekommen quasi ein bisschen. Seit Ende des letzten Bullruns bin ich dabei und habe mir das Analysieren beigebracht. Zu YouTube bin ich dann gekommen, April diesen Jahres, weil ich mir gedacht habe, wenn ich es anderen Leuten erklären kann, wie das Ganze funktioniert und die Leute das auch wirklich verstehen, dann kann ich es so oder so erst recht selber. Dann habe ich angefangen im April durchzuziehen mit täglich einem Video. Dann Anfang August habe ich mein Pensum so ein bisschen hochgeschraubt auf sechs bis acht Videos am Tag und seitdem ziehe ich halt permanent durch. Sechs bis acht Videos am Tag. Jo, und ich bin schon fertig, wenn ich zwei oder drei Videos am Tag pose und du machst hier sechs bis acht Videos. Gut, das ist halt heftig, finde ich. Hast du da schon so Burnout-Erscheinungen oder sowas? Weil bei mir, ich kenne es damals, die Leute wissen es bei mir, ich war damals vier bis sechs Wochen einfach mal weg, weil ich mal Abstand gebraucht habe. Aber sechs bis acht Videos am Tag ist schon heftig, oder? Das ist eine Hausnummer so. Man darf aber nicht vergessen, ich habe ein Universal-Intro. Ich cutte nicht viel, ich nehme alles per One-Taker auf. Also quasi lege ich nur mein Intro und die Aufnahme übereinander, mache da einen kleinen Übergang rein und lasse das quasi direkt rendern. Und daher habe ich nicht so viel Bearbeitungszeit und daher kommt das auch nicht so mit einem Burnout, sage ich mal klar. Es gibt immer mal so diese Phasen, da denkt man sich so, oh ne, keine Lust. Gestern zum Beispiel habe ich meine Geburtstagsfeier gehabt und heute denkt man sich so, ne, ich habe gar keine Lust, sechs Videos zu machen. Aber darauf kommt es ja nicht an. Man fängt dann einmal an, ist dann in seinem Modus drin und dann hat man da einfach Freude dran, sobald man sich einmal aufgerafft hat und dann läuft das wie am Schnürchen. Das ist ja sowieso das Wichtigste, ich freue daran, nicht nur einfach, um Content rauszuballern, sondern man sollte auch selber Spaß einfach daran haben, finde ich. Eben, ansonsten ist es auch definitiv nicht authentisch. Ja, dann kommen wir doch gleich zur zweiten Frage. Gut, die hast du schon so halber beantwortet. Wie bist du zu Krypto, beziehungsweise generell zum Investieren, sage ich mal, gekommen? Gut, du hast gemeint, du durch Unge spielt, sagt mir auch was und ich bilde mir auch ein, aber so lange, vor einem Jahr oder so hat er das noch erst gemacht, oder? Mit Krypto.com oder so, ne, weil da bin ich auch durch YouTube irgendwie mal drauf gestoßen. Oder zwei Jahren schon, ist das schon länger her? Weiß ich gar nicht mehr. Vor knappen anderthalb Jahren, würde ich sagen, ist das gewesen. Das war Anfang letzten Jahres ungefähr oder im Mai letzten Jahres irgendwie sowas so. Ich habe mich aber, das ist sehr, sehr schwierig so. Ich wusste auf jeden Fall immer, ich möchte definitiv irgendwas anderes machen als alle anderen. Alle rennen ihrem 9-to-5-Job so definitiv nach. Und dieses ganze Geldsystem, das funktioniert einfach so nicht, wie es in der realen Wirtschaft, sage ich mal, läuft. Und da fängt man sich halt an, Gedanken zu machen irgendwann in seinem Leben. Und ich war sehr, sehr früh an dem Punkt, wo ich gesagt habe, nee, ich möchte mein Leben, sage ich mal, verballern, ist jetzt der falsche Ausdruck, sage ich mal, das ist sehr negativ behaftet. Aber ich wollte sehr, sehr früh ein bisschen mehr Geld als die meisten machen. Ich wollte wissen, wie man richtig lebt. Und ich möchte das gesamte Leben, sage ich mal, genießen mit all seinen Vorzügen und nicht nur... beschränkt sein, zeitlich und finanziell. Dadurch bin ich sehr, sehr früh dazugekommen. Ich wusste früh, dass ich was anderes machen wollte. Und als ich dann das Video von Unger gesehen habe, ist halt quasi so dieser Fels ins Rollen gekommen. Und ich bin gelernter Chemielaborant und daher kommt dieses analytische Denken und tralala. Daher habe ich da auch sehr, sehr viel Spaß und Freude dran. Und kann wirklich stundenlang einfach vor dem Chart sitzen und analysieren, ohne Probleme. Ja, das geht mir aber genauso. Also so einen ganzen... Ich könnte wirklich den ganzen Tag, glaube ich, vor dem Handy... Ich bin eher so Handy-Trader, sage ich jetzt einfach mal. Ich bin wenig am PC, eigentlich nur, um die Videos zu drehen und da ein bisschen zu analysieren. Aber echt, ich bin, glaube ich, zu 90 Prozent nur am Handy und analysiere da. Aber mir ging es da ziemlich genauso wie dir. Nur bei mir hat es, glaube ich, vor... Ja, wann war Corona-Beginn? März 2020, glaube ich, ne? Da hat es bei mir erst wirklich den ausschlaggebenden Punkt dann, sage ich mal, gegeben, wo ich mich fürs Investieren dann wirklich interessiert habe. Vorher habe ich, sage ich mal, in den Tag reingelebt. Jede Einnahme, die ich hatte für jeden Blödsinn oder Scheiß, wie man da draußen so gerne sagt, verballern. So war im Endeffekt mein Plan. Immer alles verballern, was man hatte, nie irgendwie was beiseite legen und dann so Corona. Da denkst du dann doch mal über das Leben nach, so ein bisschen. Willst du so weiterleben? Was ist überhaupt mit unserem Geldsystem und so? Du hörst nur, oh ja, da wird Kohle verballert, da wird neue Milliarden geschöpft und so. Und wie du sagst, das Geldsystem funktioniert so einfach nicht. Und wenn man sich da, glaube ich, es hat jetzt auch Jahre gedauert. Ich meine, sowas hast du auch nicht mit ein paar Wochen einfach mal ein bisschen Charts oder Bücher lesen raus. Das musst du verinnerlichen. Und da wird man, glaube ich, am Anfang, ich weiß nicht, wie es bei dir ging, so freundeskreismäßig. Bei mir wurde ich absolut belächelt am Anfang, ne? Also, wo ich dann gesagt habe, ja, ich starte mit YouTube, ich schreibe hier Analysen, da Analysen. Es hat neben die Zeit auch dafür in die Hand. Absolut belächelt. Und mittlerweile, oh ja, was ist das? Was ist das mit Krypto und so? Weiß nicht, wie sah das bei dir aus? Sehr, sehr ähnlich. Ich habe mit dem Investieren angefangen, habe so ein bisschen darüber erzählt und so. Man wird ausgelacht, man wird belächelt. So, haha, hihaho, du machst YouTube und so. Darüber kommt doch gar kein Geld rein. Mach doch lieber deinen normalen Job und tralala. So, und jetzt, wo so dieser Wendepunkt kommt. Ich muss auch sagen, ich habe einen riesen Batzen Geld an der Börse am Anfang verloren. Einen wirklichen Batzen. Irgendwann gibt es dazu auch nochmal eine Real-Talk-Runde, definitiv. Aber alles zu seiner Zeit. Und ich habe einen richtigen Batzen Geld verloren. Ich habe Nervenzusammenbrüche gehabt des Todes, weil ich so viel Knete verloren habe. Und meine Eltern haben das dann natürlich auch sehr, sehr kritisch betrachtet und alles. Jetzt kommt halt so ein bisschen dieser Wendepunkt, wo sie die ersten ein, zwei Kooperationen reinkommen. Und man sieht, ey, der Junge verdient Geld damit. Und dann ist das schon ein schönes Gefühl, wenn der Vater dann zum Beispiel auch so ein bisschen stolz auf einen ist und so weiter. Das ist einfach geil. Aber man wird sehr, sehr viel belächelt. Nur, was haben wirklich die Milliardäre uns so gesagt? Hör nicht auf Freunde und Familie, wenn du anfängst, dein eigenes Business aufzubauen. Die fangen an, dich zu belächeln. Was auch ein guter Spruch ist, da zeigen sich, wer wirkliche Freunde sind. Oder wer halt im Endeffekt auch an dich glaubt oder dich auch noch unterstützt und so. Also, da gibt es auch irgendeinen besseren Spruch, aber das ist jetzt das, was mir dazu einfällt. Das ist auch wirklich so. Also, da zeigt sich dann doch, okay, du hast ein bisschen weniger Zeit vielleicht. Du weißt, wo du jetzt deine Prioritäten setzt. Und dann zeigt sich auch wirklich, wer so in deinem engsten Kreis einfach unterwegs ist. Genau. Zu der Stelle mit den Freunden einmal so zum Beispiel, klingt jetzt absolut lächerlich, aber ich habe einen einzigen Freund in meinem Leben. Einen einzigen. So, und der hat das am Anfang auch einfach hingenommen. So, hat nicht so viel dazu gesagt. Meinte, ist doch geil, wenn läuft. Und jetzt sieht er, ich ziehe durch. Und der hat auch Lust, dass ich dem das Handeln an der Browser beibringen. Das ist schon ganz cool, wie sich das alles dann so entwickelt. Weil er möchte auch nie so in der normalen Arbeitswelt bleiben. Da fühlt er sich nicht so wohl. Und dann gucke ich halt, da habe ich halt immer angefangen davon zu erzählen. Habe versucht, ihn dafür zu begeistern. Und so langsam fruchtet das. Das ist schon ganz geil. Ja, es dauert bei vielen Leuten. Es ist halt dieser gewohnte Tritt aus der Komfortzone raus einfach. Die hat jeder. Da muss man auch nicht lügen. Jeder hat diese Komfortzone, wo es für ihn am Anfang schwer ist, rauszukommen. Aber wenn man da erstmal draußen ist und einfach mal so ein paar Schritte rausmacht und sich mal nach was Neuem orientiert, kann man auch sehr viel Gefallen daran finden. So wie wir wahrscheinlich dann auch an YouTube oder am Investieren oder generell auch am Trading und so. Es ist ein großer Schritt, der viel Arbeit und Zeit kostet, der sich aber dann auch lohnen können. So einfach kann man das... Definitiv. Wobei, wenn es jetzt die meisten abschreckt, dass es viel Zeit und so kostet fürs Investieren. An sich muss man sich, denke ich, vielleicht nicht unbedingt so viel Zeit nehmen. Aber man braucht dann länger Zeit, bis man es insgesamt verstanden hat. So wenn man am Tag da 20, 30 Minuten sich so ein bisschen einlässt, reicht das am Anfang definitiv. Oder einfach so ein bisschen mal hier gucken, mal da gucken. Welcher YouTuber sagt mir so ein bisschen zu? Und dann so ein bisschen nach Dollar-Cross-Averaging da so mal ein bisschen reinrutschen, Step-by-Step. Das funktioniert alles so ein bisschen. Es ist jetzt nicht so, dass man direkt am Tag drei, vier Stunden Zeit damit verbringt. Nee, Hauptsache man macht den Anfang und damit ist schon ein großer Schritt getan. So sieht es aus. Eben. Gut, dann kommen wir doch zur nächsten Frage. Was sind deine Top 3 Projekte momentan in deinem Portfolio? Bechain. Definitiv. Bechain finde ich absolut geil. Matic stehe ich voll und ganz hinter. Und natürlich der Vater aller Kryptowährungen, Bitcoin. Das sind so wirklich meine drei Favoriten. Definitiv. Bechain einfach so. Ich komme persönlich auch so ein bisschen aus dem Qualitätsmanagement-Bereich. Und Bechain sagt ihr, ey, über uns könnt ihr komplett nachverfolgen, woher euer Projekt kommt. Datennachweis und tralalalala. Ich meine, ich habe es probiert in meiner Firma zu integrieren, dass wir bei denen auch eine Kooperation bekommen. Aber da wurde ich auch belächelt, bis zum Geht nicht mehr. Was will der Junge denn da? Gerade mal 23 Jahre alt und glaubt ihr was zu wissen? Standard. Man kann immer die besten Vorschläge als junger Mensch machen. Wenn es halt dann nicht anerkannt wird, da könntest du halt kotzen. Das geht mir bei mir teilweise auch so. Machst Vorschläge und im Endeffekt, ja, wirst du dann weggewischt und ein paar Wochen später, oh ja, die Idee wäre eigentlich ganz geil gewesen, können wir jetzt nicht mehr so machen oder so. Ja gut, nicht jede Firma oder so, was ist auch bereit für Krypto oder so, aber es wird früher oder später auf jeden Fall kommen. Und Matic bin ich auch mittlerweile echt d'accord. Also da zahlen sich jetzt vor allem, da sieht man halt auch wieder einen Bärenmarkt, da sieht man auch, welche Projekte sich durchsetzen. Ich meine Partnerschaften mit Meta, also Instagram, Mutterkonzern Meta und so. Disney war, glaube ich, noch dabei, vor ein paar Wochen oder Monaten auch noch, glaube ich. Also da kommt schon eine Menge jetzt bei Matic und so ist auch einer meiner Favorite Coins mittlerweile geworden und natürlich Bitcoin. Also Bitcoin gibt sowieso nichts zu sagen. VeChain auch investiert, ist auch ziemlich am Boden mittlerweile. Also so charttechnisch, ich weiß nicht, ob du sie momentan im Blick hast. Bei mir momentan ziemlich in der Supportzone. Wenn die bricht, geht es nochmal ordentlich runter. Aber für mich absolute DCA-Werte. Also da einzukaufen, Bombe für mich, finde ich. Dollar-Cost-Average-Stream-Werte sind sehr, sehr geil. Wobei ich sage, wir kommen noch eine Etage tiefer. So nach Elliott-Wellen-Analyse, wir landen in dem Bereich zwischen 1,6 Cent und 1,1 Cent. Aber wenn wir die erreichen, sind da halt auch knappe 2.000 Prozent drin. Das sehe ich aber auch. Also von meinem Ding her, nächste Supportbox auch bei mir, so da unten 1,4, glaube ich, oder 1,5 sogar. Also sind wir ziemlich nah mit Elliott-Waves. Also zudem, die haben ja auch eine Kooperation mit Amazon. Das habe ich die Tage auch voll gefeiert, als ich das gelesen habe. So, ich muss aber sagen, fundamentaltechnisch bin ich bei den meisten Projekten noch gar nicht so dahinter. So nach Elliott-Wellen sind die Fundamentals quasi komplett egal. Ja, was heißt egal? Hinter dem Projekt muss schon was stecken, dass es Zukunft hat. Aber die ganzen Nachrichten und so, das gucke ich mir alles bei Chart-Analyse überhaupt nicht an. Das hat nicht 0,0001 Prozent Wert für mich. So nur technische Analysefeierabend. Ja, weil, wie sagt man immer so schön, nicht die News machen den Charts, sondern der Chart macht die News. Ich liebe diesen Spruch, aber er stimmt halt auch meistens. Weil oft, sage ich mal, auch wenn News oder sowas kommen, ich meine das auch so Fettsitzungen oder so, kann man ungefähr immer andeuten, okay, wo könnte der Chart hingehen, jetzt mal abgesehen von einfach diesen ganzen News-Events. Also da muss man mal ein bisschen aufpassen, aber ich finde, das ist einfach ein perfekter Satz. Den sollte man sich auch eintrichtern mittlerweile. Und durch die ganzen News hat man halt auch, finde ich, viel Beeinflussung an Emotionen, viel Angstmacherei. Und man denkt sich dann sicher, dass ich das machen soll, sicher dies, das, jenes. Deswegen, ich gucke mir auch keine anderen Krypto-YouTuber quasi eigentlich an. So um einen zumindest keine anderen Elliott-Wellen-YouTuber. Ansonsten beeinflusst man so ein bisschen sein Mindset und dann weiß man einfach schon, okay, der hat den und den Count und dann guckt man da einfach mit einem ganz anderen Blick drauf. Das ist dann meistens nicht ganz so ideal. Kenne ich ganz gut. Gut, bei dir ist das nochmal spezieller. Du machst Elliott-Waves, wo ich null Plan davon habe, einfach null. Aber ich bin voll bei dir d'accord, dass man nicht zu viel glotzen sollte. Vor allem, das mache ich zum Beispiel, ich mache eher früh. Wenn ich früh Videos mache, mache ich erst meine Analyse. Und das dann gucke ich mir wirklich vielleicht mal andere Kanäle an. Weil so bin ich in meiner Welt, kann so gucken, okay, passt das alles für mich so. Und dann gucke ich andere Videos und sehe, ah, okay, der hat vielleicht die gleiche Idee und so. Also das bestätige dich dann vielleicht nochmal eher, als wenn du jetzt sagst, okay, scheiße, jetzt habe ich das kopiert oder so. Weil so will ich nicht enden. Dann lieber mein Ding durchziehen, Worden-Cut, alles durch, damit man es dann auch von der Uhrzeit her und so sieht. Und ja, nicht ablenken lassen. Finde ich aber auch extrem wichtig. Ja, definitiv. Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage. Siehst du nächstes Jahr einen Bullenmarkt oder eine Seitwärtsphase? Das ist nach, ah, das finde ich extrem schwer zu beantworten, einfach so. Wir können halt die Wahl haben, sodass wir jetzt unsere Welle 1 sehen nach Elliot-Wellen und dass wir eine sehr, sehr lange Welle 2 sehen. Ich bin der Meinung, wir werden so gegen Mai voraussichtlich bei Zeiteinheiten abschätzen. Das finde ich immer sehr, sehr krass. Deswegen sage ich ja nächstes Jahr. Nicht jetzt irgendwie Mai 2023. Ja, aber wenn, würde ich eher sagen, dass wir so im Mai den Abschluss unserer Welle 1 nach Elliot-Wellen haben und dann so ein bisschen an die letzten Tops, sage ich mal, anschließen und dann sehen wir wieder ein Jahr lang, anderthalb Jahre so ein bisschen Bärenmarkt in unserer Welle 2, kommt nochmal runter in die Preisbereiche 30.000, 25.000 Dollar und im Anschluss, also beim Bitcoin halt jetzt und im Anschluss sehen wir dann Anfang 2024 sehen wir dann, denke ich, die Riesenexplosion, wo wir auf die 100.000 kommen. Das sehe ich jetzt nicht nächstes Jahr kommen, sondern eher 2024, 2025, dass wir wirklich noch oben explodieren. Also es ist noch zeitlich gesehen ein sehr, sehr langer Weg. Von daher jetzt schon abzuschätzen, nächstes Jahr Seitwärtsbewegung oder Bullrun. So, da muss man die Kursstruktur einfach so ein bisschen machen. Deswegen, das jetzt sozusagen, meine Zuschauer fragen auch immer danach. Ja, ich bin eher der Meinung, dass wir nächstes Jahr aufgrund sinkender Inflation, die wir sehr wahrscheinlich sehen werden und höherer Arbeitslosenzahlen, ich meine, man sieht es ja schon an den Tech-Werten und so, die alle ihre Mitarbeiter mittlerweile entlassen oder sehr, sehr viele Entlassungen stattfinden, dass ich dem ganzen Jahr 2023 auf jeden Fall deutlich bullischer entgegensehe. Gut, dieses Jahr war absehbar, ja gut, mit Krieg, das konnte man nicht absehen, aber dass die Inflation dann, sage ich mal, ihr Top bildet, Fett gegensteuern muss und nächstes Jahr Inflation, für alle da draußen, Inflation wird immer ein Jahr im Voraus berechnet. Und Krieg war eigentlich so die Top-Phase, ich sage mal noch, vielleicht so, naja, März, April vielleicht so die Höchststände und dann ging es schon langsam wieder runter. Aber dann passt es so ungefähr zu deinen Andeutungen mit Mai ungefähr, dass man sagen kann, okay, bis dahin wieder ein höheres Top oder zumindest so einen leichten Bullrun-Relief-Rallye, wie man auch immer dazu sagen möchte. Aber ich glaube auch noch, dass wir nochmal einen zweiten Crash sehen vor dem Halving. Also ich bin auch nicht so akkord, dass wir jetzt sagen, okay, wir pumpen jetzt wie blöde nächstes Jahr. Je nachdem, wie man das beurteilt. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir bilden ein neues Top, ist es auch pumpen wie blöde für manche. Für mich jetzt persönlich nicht. Aber so die zweite, so noch eine Gefahr für einen Crash sehe ich auf jeden Fall noch. Ja, also nach Elliott-Wellen wird auch noch ein Crash kommen, gewaltiger. Wenn wir die erste fünffällige Aufwärtsstruktur gesehen haben, haben wir die Möglichkeit, nochmal 99,9 Prozent des ersten Aufwärts-Runs unterzugehen. Und das ist dann auch nochmal ein Satz, wenn wir, sage ich mal, die Jahres-End-Rallye sehen oder bis Mai, sage ich mal, bis hoch auf 50.000, 60.000 kommen, dann nochmal wegbrechen auf 30.000, 25.000, ist das auch nochmal ein gewaltiger Krach nach unten runter. Das darf man nicht vergessen. Es kommen auch immer wieder super Gelegenheiten, um einzusteigen. Das ist der Vorteil daran. So sieht es aus. Gut, dann kommen wir jetzt schon zur fünften Frage. Wie siehst du die Gefahr der Gesamtwirtschaft für einen Crash? Da kommen wir jetzt ganz gut zu dem Thema, was ich jetzt gerade angeschnitten habe mit meinem zweiten Crash. Wie siehst du die Gefahr? Könnten wir da noch einen zweiten Crash, jetzt nicht nur, sage ich mal, bei den Kryptowerten, sondern auch so bei den normalen Indizes möglicherweise sehen? Und was könnten Auslöser vielleicht dafür sein? Finde ich schwierig. Bei den normalen Indizes bin ich meistens auch gar nicht so krass drin. Was ich zwischendurch immer mir angucke, ist Netgas zum Beispiel oder Öl, weil für viele Leute sind die Tankpreise sehr, sehr interessant. Und was da so an der Wirtschaft passiert, ich sage nichts dazu. Wir hatten Ölpreise wie im Jahr 2012. Und wenn man die Spritpreise 2012 mit jetzt mal vergleicht, haben wir ein Ölpreisproblem oder haben wir ein Steuerproblem? Und kann die Regierung nicht mit dem Geld umgehen? So, das ist so. Und wie definierst du die Frage so ein bisschen? Die Gefahr für einen Crash für die Gesamtwirtschaft, das finde ich so, ich weiß nicht, wie ich darauf antworten soll, um ehrlich zu sein. Ja, das ist eine schwere Frage. Bei mir ist es halt eher so, ich sage, dass wir auf jeden Fall noch, zumindest wenn die FED nicht gegensteuert oder enorm viel Kohle noch mal druckt, noch mal einen Immobilienmarkt-Crash sehen in den USA. Also da bin ich ein bisschen, das wissen alle bei mir auf dem Kanal, bin ich so ein bisschen tiefer in der Materie drin, sage ich mal mittlerweile. Und da sehe ich eigentlich das größte Risiko. Weil zum Beispiel Ausfallraten von Hypotheken höher sind, teilweise sogar als die Finanzkrise 2007 bis 2009 war. Und das sind halt so die Dinger, wo ich sage, okay, wir könnten diese Relief-Rallye sehen. Und wir hatten in der Vergangenheit immer, um noch mal auf die Frage von davor zu kommen, wir hatten immer zwei Inflationstops. Und das würde eigentlich perfekt passen. Wir gehen jetzt dann mit der Inflation runter, dann steuert die FED wieder gegen, dann haben wir immer einen Immobilien-Crash vielleicht. Und dann sehen wir eben den zweiten Crash nach unten. Und dann möglicherweise eine Mega-Rallye oder so bis zum Gehtnichtmehr. Aber das sind halt so die Gedanken, die mir im Hinterkopf bleiben. Und das, was du sagst, ja, mit Ölpreis und so, finde ich schwer einfach. Weil man sieht es in Deutschland, wie du gerade sagst, die Ölpreise und so, vergleicht es mal mit den letzten 10, 20 Jahren. Da hat sich wirklich eigentlich nicht viel geändert. Klar ist es gestiegen, aber es zeigt einfach nicht den normalen Spritpreis an, weil der Spritpreis exorbitant hoch ist und der Ölpreis eigentlich gar nicht so hoch ist, wie er hätte sein sollen. Muss man eigentlich ganz ehrlich so sagen. Bei dem Immobilienmarkt zum Beispiel, da gehe ich definitiv auch mit. Und da bin ich ganz d'accord, wir haben halt jetzt so diesen Wendepunkt, diesen Top des Immobilienmarkts, den haben wir ja jetzt quasi schon so erreicht. Die Hauspreise sinken wieder, die Zinsen bei der Bank steigen, die Zinsen bei der Bank waren vorher günstig und die Hauspreise teuer. Und jetzt dreht dieses gesamte Spiel halt wieder so ein bisschen so. Dadurch wird dann, denke ich, wie du schon sagst, dieser zweite Crash nächstes Jahr kommen. Und dann sehen wir auch nochmal einen totalen Abverkauf. Wobei wir in der Elliott-Wellen-Theorie sagen halt nicht wirklich, dass es ein weiterer Crash ist, sondern wir sagen, bei Ethereum sind wir jetzt zum Beispiel nach Elliott-Wellen-Sicht schon im Bullrun. Definitiv. Und wir sind dann nur in einer Korrektur des nächsten Runs. Das ist alles und kein wirklicher Crash, sage ich mal, auch wenn wir Verluste von 60, 70 Prozent sehen werden. Voraussichtlich. Crash ist so ein weit definierter Begriff einfach. Lässt sich halt gut vermarkten, sage ich jetzt einfach mal. Oder nächste Crash kommt und so. Aber vieles lässt sich halt durch Chart-Analyse im Nachhinein, teilweise auch im Vorhinein, je nachdem, welche Analyseart man nimmt, auch gut prognostizieren, beziehungsweise auch mal wieder anschaulich. Der Markt kann nicht immer nur nach oben gehen. Dass ein Crash oder eine Korrektur kommt, ist absolut im Rahmen. Die Frage ist dann immer, wie tief das alles geht. Darüber lässt sich einfach nur streiten. Ja, klar. Eben. Gut. Dann kommen wir zur vorletzten Frage schon. Wie stehst du zum Sponsoring von Crypto.com für die WM in Katar? Ich möchte jetzt hier keine Riesendiskussion anfangen. Da hat jeder seine eigene Meinung dazu. Aber ihr wisst daraus, ich bin kein Crypto.com-Fan. Das weiß ich. Aber trotzdem interessiert mich einfach die Frage. Und ich glaube, die gefällt dir, glaube ich, auch ganz gut. Ich finde sie super. Ich bin halt so ein bisschen Crypto.com-Fanboy, sage ich mal. Einfach aufgrund dessen so mit dieser Börse bin ich zum einen als erstes in Kontakt gekommen. Ich finde die Visa-Karte, die die haben, ultra geil. Die Normalfall, ich hatte als allererstes die blaue Visa-Karte und im Anschluss habe ich auf die grüne geupgradet. Aber ich habe es nicht eingesehen, 50 Dollar für die nächste Karte zu bezahlen. Ich habe einfach abgewartet und jetzt haben die mir die einfach aus Kulanz zugeschickt. Fand ich dann auch echt geil, muss ich sagen. Finde ich schwierig. Sie geben extrem viel Geld für Marketing aus. Ist natürlich ein Plus und gleichzeitig für mich ein Minuspunkt. Definitiv, das hält sich so in der Waage, wenn die das so aufbauen, sage ich mal, wie Red Bull und ein richtiges Schwergewicht in diesem Gebiet werden. Ist das natürlich krass. Zumindest, wenn sie jetzt definitiv diesen Bullrun überleben, wovon ich auf jeden Fall ausgehe. Was ich ein bisschen kritisch fand, als die geleakt haben, was für Coins die halten, die die auf Reserve haben. So einen Batzen Shiba Inus auf Reserve halten. Ich meine, ich finde Shiba auch relativ witzig. Ich halte auch ein paar davon. Ja, aber als Exchange. Aber das als Börse. Das ist halt schon fragwürdig, ne? Warum nicht in VeChain zum Beispiel investieren oder sowas? Wo man, sage ich mal, wesentlich mehr Potenzial hat, wo wirklich was hinter steckt einfach. Nee, sie halten Shiba Inus so. Und dann ansonsten, was hatten die noch dabei? Bitcoin und Ethereum. Ja. Und ja, letztens gab es ja auch, sage ich mal, diese Krise so ein bisschen, wo, wie heißt der denn jetzt? Der Chef von Binance gegen Crypto.com natürlich auch gefeuert hat. Die, klar, da sind die natürlich so ein bisschen in Probleme gekommen, auch wegen Auszahlung. Da hat das immer so ein bisschen gedauert. Aber es sind ja auch Netzwerkausfälle dann, wenn alle auf einmal ihr Geld haben wollen. Das ist dann so ein bisschen normal. Aber wie es aussieht, das hat alles funktioniert. Ich meine, ich konnte nichts abziehen von Crypto.com, weil ich alles gestaked habe bei denen. Ist dann natürlich ein bisschen beschissen, aber so im Grunde stehe ich hinter Crypto.com. Ich halte von denen viel und ich halte auch knappe 30 Prozent meines Portfolios in Kronos. Ja, das ist, also wie gesagt, ich habe es ja gesagt, ich bin nicht in Crypto.com oder sowas investiert, war ich auch noch nie. Weil ich, ich bin ehrlich, ich bin eher so ein Fan. Ich habe ja am Anfang gesagt, ich bin eher so Handy-Trader, beziehungsweise sehr viel am Handy. Ich bin mit der App nicht klargekommen, mit dem Hin- und Herschieben. Entweder war ich zu blöd dafür, muss ich ganz ehrlich sagen, oder ich habe es einfach nicht geblickt. Und was mich halt ein bisschen am Anfang vor allem oder immer noch stört, ist einfach dieses exorbitante Marketing. Also wenn eine Firma oder so so exorbitant wirbt, und das ist ja noch ein relativ junges Unternehmen, muss man ja eigentlich auch ganz klar dazu sagen, und dann Millionen in Formel 1, in Stadien, in FIFA-WM und sowas alles reinsteckt, ja wo kommt die Kohle her? Das muss man sich halt auch mal hinterfragen. Und deswegen, das sehe ich einfach kritisch, aber ich sage jetzt auch nicht, dass das Ding keine Zukunft haben kann, weil das System an sich mit Cashback und sowas, auch wenn die Cashback-Quoten ein bisschen geringer jetzt ausgefallen sind die letzten Monate, aber gut, das System an sich, um auch Krypto in Umlauf zu bringen, ist ja nicht verkehrt. Und sie bringt es so sehr, sehr einfach an den Mann, finde ich so. Diese Cashbacks, klar müssen die die runterfahren, früher oder später, ganz klare Sache so. Die müssen auch ein bisschen auf ihr Geld gucken, so vor allen Dingen jetzt im Bärenmarkt, ganz klare Sache so. Weil nachher cashen die Leute aus, ich habe schon weit über 1000 Kronos einfach nur an Cashback bekommen. Und im nächsten Bullrun, wenn Kronos vielleicht auf einen Dollar ist, sind das halt mal eben 1000 Euro, ne? Das ist schon eine gewaltige Hausnummer einfach. Eine Sache wollte ich zudem noch sagen, aber es fällt mir gerade nicht ein. Genau, ich persönlich, ich finde es eigentlich einen riesen Marketing-Geniestreich, dass die größten Sponsor der FIFA-WM 2022 sind. So, moralisch lassen wir das Ganze jetzt mal auf der Seite stehen, aber wo fände die WM statt? In den arabischen Ländern? Katar? Welche Menschen haben denn Geld? Wer interessiert sich viel für Fußball? Wer hat angefangen, Fußballvereine zu kaufen, weil sie einfach Bock drauf haben? Und wer wird da richtig Knete reinfließen lassen in der WM? So, deswegen, ich sehe Crypto.com jetzt während der WM-Zeit, sehe ich ihn eigentlich definitiv drehen, muss ich sagen. So, zumindest von den Fundamentals her auf jeden Fall, weil die Araber, die fahren da bestimmt drauf ab, definitiv, kann ich mir vorstellen. Ja, auch Dubai und sowas ist ja da schon ziemlich tief, sage ich mal, im Kryptomarkt drin. Ich glaube, die bauen auch ein eigenes Ding da drüben einfach auf mit Binance und was weiß ich, was da noch für Unternehmen alles mittlerweile drüben ist. Ja, also, es ist echt ein schwieriges Thema. Es gibt Fans wie dich, es gibt Nicht-Fans wie mich, sage ich mal. Aber ja, ich glaube schon, dass es Zukunft haben könnte. Nur halt, wie gesagt, dieses Marketing, das ist das, was mich ein bisschen stört, weil die Kohle halt irgendwo herkommen muss. Aber gut, solange die überleben. Trotzdem gilt natürlich für alle da draußen, klar, ihr könnt es nutzen, aber nehmt es nicht als Ersatz für eine Hardware-Wallet. Nochmal ganz wichtig, die ganzen FTX-Sache und so. Tut nur das Nötigste drauf, wenn ihr damit zahlen wollt oder sowas, gerne. Aber jetzt nicht sagen, ey, ich schicke meine 50 BTC da drüber und hoddle die da. Bitte nicht. Dafür gibt es Hardware-Wallet-Anbieter. Und nur nochmal so ein kleiner Reminder. Auch wenn die Börse niemals pleite gehen würde, solange draußen FAT immer ein bisschen unterwegs ist, immer ein bisschen vorsichtig sein. Das ist nur ein kleiner Ratschlag. Ich glaube, das gilt für uns beide, glaube ich. Not your keys, not your coins. So sieht es nämlich aus. Ziemlich simpel. Ja, also Hardware-Wallet, safe. Muss jeder haben von euch. Gut, dann kommen wir schon zur letzten Frage. Low-Cap-Tipp. Hast du irgendeinen, den du im Blick hast, wo, ich sage jetzt mal, Low-Cap ist bei mir eigentlich alles unter 50 Millionen, und wenn einer bei dir unter 100 Millionen ist, ist das auch ganz gut. Aber das interessiert die Community auch immer gerne. Hast du einen? Boah, ich habe die Frage ganz anders interpretiert, als ich die das erste Mal gesehen habe. So, jetzt bin ich aufgeschmissen. Ich kenne mich mit der Marktkapitalisierung und gucke ich mir meistens halt, wie gesagt, wirklich nicht so viel an. Ich verbringe wirklich 99,9 Prozent der Zeit auf den Chart. Rechain ist kein Low-Markt-Cap mehr, oder? Dann gib mir mal Beispiele, bitte. Was so ein bisschen bekannt ist. Jetzt müsste ich gerade selber mal überlegen, Alter. Was ich immer letztes Jahr gesagt habe, war Polka City. Oder Divo, Devolution. Sagt dir das was? Auch nicht, nein. Ein Play-to-Earn-Game, wo jetzt langsam so gelauncht wird, hat 200.000 Market-Cap. Das ist halt geil. Wenn das Ding mal auch nur das 10x macht, als 2 Millionen Market-Cap, ist halt schon geil. Also sowas meine ich. Ist Meta-Hero noch Low-Markt-Cap? Sagt dir Meta-Hero was? Ja, sagt mir was. Es wurde mir aber damals, glaube ich, von irgendeinem YouTuber zu viel gehypt. Deswegen bin ich da nicht rein. Aber es zählt auf jeden Fall als Low-Cap. Da würde ich, Meta-Hero finde ich ganz interessant. Wobei, da bin ich halt auch nicht drin investiert, muss ich ganz klar sagen. Und ich schnürfe jetzt gerade mal rum. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel Marktkapitalisierung Star-Atlas hat. Finde ich persönlich auch interessant. Ja, da kenne ich auch jemanden, der investiert ist und ich bin auch am überlegen. Aber das ist auch ein bisschen eingeschlafen, oder? Ja, ich habe letztens auf der Seite mal so ein bisschen rumgeschnifft und die haben auf jeden Fall einen Launcher, den man mittlerweile downloaden kann. Das wollte ich mir demnächst angucken. Und ich würde eigentlich auch echt gerne da rein investieren. Aber ich muss euch sagen, wie es ist, ich bin so, ich habe schon quasi so viel im Markt drin. Dafür habe ich eigentlich mehr wirklich was. Und wenn würde ich in dem Game halt... Ich glaube, der hat glaube ich auch nur eine Million, wenn überhaupt, Market Cap. Da kannst du auch mit wenig Geld rein investieren. Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Und ich finde dieses Spiel halt einfach auch geil. Ich denke mir so, wenn man ein bisschen tradet und damit seine Knete verdient und dann in dem Spiel so was rein investiert, das ist... Ich finde das Game einfach cool. Ich bin auch ein riesen Halo-Fan gewesen, wenn ihr das Spiel was sagt. Auf jeden Fall. Zum Beispiel. Ich war kein Xbox-Fan. Play-Z-X-Box-Lager und Binance-Krypto.com-Lager. So sieht es aus. Absoluter Play-Z-Fan. Bei mir gibt es nichts anderes. Geil. Von daher, das finde ich echt noch ganz geil. Muss man aber, finde ich, auch so ein bisschen beobachten, wie sich das entwickelt. Es gab ja jetzt auch riesen FUD wegen Solana. 56 Millionen. Solana werden geunstaked und wenn die gedroppt worden wären, wäre die Solana-Chain halt quasi so gut wie platt gewesen. Das Spiel läuft auf der Solana-Chain. Allerdings, wie gesagt, Star Atlas finde ich noch ein sehr, sehr interessantes Spiel, wo es sich lohnt, mal vorbeizuschauen und so und die machen und tun auch wirklich was. Gut. Ja, da gehe ich sogar mit. Also das ist auch noch auf meiner Liste. Ich habe noch so eine kleine Liste mit so ein paar Low-Caps, wo ich immer mal ein bisschen was reinvestiere. Da ist das auf jeden Fall auch auf meiner Liste. Könnt ihr, glaube ich, warte jetzt, lass mich lügen, bei BingX, glaube ich, kaufen und ich glaube Q-Coin mittlerweile. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Also BingX weiß ich 100%, weil das ist in meiner Watchlist. Und ansonsten, guckt einfach bei CoinMarketCap, wenn euch irgendwelche Projekte investieren. Nicht auf irgendwelche Dulli-Exchanges oder sowas gehen. Da würde ich dann lieber abraten. Davon anwartet lieber, bis es auf einigermaßen großen Exchanges wie BitMart, wobei ich da auch kein Fan bin. Die App ist auch Müll. Aber gut. Nur mal so als kleiner Tipp von meiner Seite oder von unserer kann ich da, glaube ich, ganz gut sagen. Auf jeden Fall. Gut. Dann waren es schon die sieben Fragen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich werde auf jeden Fall deinen Kanal oben, wie gesagt, in der Videobeschreibung mit reinschreiben unten auch. Sagt man dazu auch Videobeschreibung? Ne, unten ist die Videobeschreibung. Oben in den Titel werde ich deinen Namen reinschreiben, damit ihr auch den Kanal dann findet. Also schreibt gerne vorbei. Wenn ihr Bock habt auf öfters Videos von uns zwei, schreibt es auch unten gerne in die Kommentare rein. Würde ich mich auf jeden Fall über euer Feedback freuen. Und dann würde ich sagen, die letzten Worte gehen an dich, beziehungsweise hast du. Und ich verabschiede mich mit Stay Crypto und bis zum nächsten Video. Vielen, vielen Dank an der Stelle auf jeden Fall für die Einladung. Hab mich sehr, sehr gefreut. Macht mega viel Spaß, auch mal so ein bisschen andere Videos aufzunehmen, einfach so ein bisschen zu talken. Das mache ich sehr, sehr gerne. Ich komme selten in den Redefluss, aber wenn man sich dann einmal so über so ein Wirtschaftsthema unterhält, da habe ich Spaß dran. Wie gesagt, wenn ihr es feiert, schreibt es unten in die Kommentare. Ich hätte auf jeden Fall Bock auf noch ein, zwei weitere Teile. Definitiv so viel von meiner Seite. Ich bedanke mich für deine Mühe, für deine Promotion. Vielen, vielen Dank an der Stelle und ansonsten, Leute, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.